le garage le garage ein auto schuppen hier fehlt gleich die tür so vergammeltes essen nicht mehr du hast schon er sieht dann nehme ich doch lieber den hat was wenn ich nicht mein gesicht so nägel brauche spät mal gucken ob ich jetzt alles alles aus auch wenn es nicht denkt dann noch nicht also neun millimeter mit ein schuss der gnadenschuss rotten chicken natürlich hatte man kann den kühlschrank nur aufmachen nägel weichhölzer nehmen wir mit weichhölzer nehmen wir mit salz rotte die ist ja nur verbrannt ne kann man glaube ich gut zuerst hin renny mit da geht's raus am badezimmer früh gelobt lobt hier wieder raus hier habe ich die karte ok man selber habe ich die karte nicht ja tomaten bernglas und und ein paar steighölzer 9 Millimeter Kugeln Racks Empty Bottle Wenn wir unser Inventor Es gar nicht ist Samba Das ist so eine große Flasche Casual Outfitters Family Ein Wunder, dass ich nicht in Yellow Rose gelandet bin Vorne ich in Yellow Rose Und ich sehe schon Search for food Erd Wäre aber eben nicht so aus wie in Hell Na gut Oh warte mal Öl haben wir schon mal gefunden Aber noch keine Reifen Eiger Sprit Machen wir uns mal Der Mottenladen Schuh, Schuh Mütze Geld Und Lederjacke Flip Flops Äh Machen wir schon Antibiotika Open Open Hoodie Hoodie Noch ein Hoodie Und dann rein Hinter mir die Tür Backhead Warte mal Ich will den mitnehmen Warte mal Doch Halt Dun 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 Ähm So Dann finden wir hier was Wahres Ich wollte es noch nehmen Mit Gnieschaden Äh Kann man ein Ducktape Tab drücken Warte mal Wir können jetzt eigentlich Ja Einmal nachladen So Oh Guckt euch das mal an Oh Ganz viel Öl Ganz viel Öl Und da ist auch Sprich Okay Wir gehen einmal dahin Tanken uns Mal mit Öl Froh Deswegen So Dann suchen wir Reifen Das haben wir ja auch noch In diesem Handwerker Shop Gehabt Und immer noch Keine Reifen Kann man ein Auto Ohne Reifen Fahren Frage aller Fragen Weiß nicht wie es auf diesem Server ist aber Wenn man was ins Auto Legt gehört es ein Aber das ist auch hier so Weil ich habe keine Lust Hier jetzt alles zu machen Und zu tun Dann ist das Ding gleich weg War eben noch nicht Was mit dem Anlegen Versuch uns Merkt Junge Ey Junge 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 Hatte Geld dabei gehabt Das braucht er jetzt nicht mehr Dann gucken wir mal Hier Mit einem Er Reifen Kann man es nicht Und ich habe es wieder vergessen Wir gehen lieber studieren Wäre natürlich Cool Weil dann würde ich jetzt Zur Lagerhalle gleich Berettern Und Hoffen dass da ein paar Reifen liegen Machen wir mal Auf Verlust Und 20% Ja Man kann Ohne Reifen Dauert nur ein bisschen länger Aber Man kann es Wollen ja dann einmal zur Lagerhalle da hinten Da ist noch eine Aber hier hinter der gelben Haus Da wollen wir hin Gucken ob wir uns mal ein paar Reifen besorgen können Ein bisschen Sprit wäre auch nochmal gut Bei 25% Ich will auch nochmal sicher gehen Oh und wenn sie jetzt so rechts rausschauen Dann sehen sie Nicht Nein Ich habe es festgefahren Nein Oh Junge Ich bin so Domm manchmal im Kopf Genius At work Genius Das schaffe ich das ja Wenn ich ein paar Reifen gefunden habe Und da irgendwie raus zu Manifizieren Wenn dann nicht Dann ja Hatten wir sehr lange Ein Auto gehabt Werde nicht gesehen Überhaupt Nichts Aber schwach Spiel Wenigstens ein Reifen Hätte ich doch wenigstens Sprit Weiß Bringt eigentlich jetzt Nichts mehr Weil das Ding feststeckt Kann es auch keiner klauen Aber erstmal brauchen wir Vier Reifen Ja ich nehme die Pistole in die Hand Weil ich nicht weiß Was mich hier erwarten könnte Ich nehme die Pistole in die Hand 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 Okay. Kann man ja mal machen, ne? Aber auch einen Stand lassen. Gib mir doch einen Scheifen. Der kann den wir mal mit durchsuchen. Hä? Ach. Äh. Maske. Eine Maske. Aber immer noch kein Reifen. Fresh, fresh, fresh nicht. Fresh hier drin. Nö, 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 nö. Nö. Samen. What's wrong? Good. Mini. Small generator. Assault rifle. Okay. Nothing. Nehmen wir mit. Nie schaden. Öl habe ich erstmal genug im Wagen. Reifen wäre very nice. Aber wenn ich das mit den vier, wenn ich jetzt vier Reifen finden sollte, und ähm, ich, das Ding ist immer noch festgefahren. Dann probieren wir uns mit dem Propan-Tank. Wollen wir mal. Ich habe ja einen dicken Rucksack, ne? Oh. Eine Shotgun ist auch gut. Er hat einen Reifen gefunden. Wir müssen ja eigentlich hinten, ähm, aufbocken. Vielleicht komme ich dann über die, die Schwelle rüber. Und dann leicht, ähm, ein Stückchen weiterfahren. Und den Gaskanister würde ich gerne auch mitnehmen. Aufbocken. Oder auch nicht. Soll es nicht. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir nochmal ein paar Reifen finden. Was für Shotgun? Eine. Geil. Der Klarnschuss. Mal gucken, ob wir... Mal gucken, ob wir... Sei trotzdem noch. Ah, tut tut. Du, 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 du. Nein, nein, nein. Bahnentang. Eben an Da reichen ja auch schon zwei Jetzt hier